Ja, ja, ich... ...bitte...bitte...bitte...bitte... Also wenn ich spielen will, tue ich sowas... ...für mich alleine. Wer sowas bühnt, ...ferkelt. Ja, das... Die Klicks hab ich mir sagen lassen. Wenn der Ding Dong groß genug ist. Frag mal Long Dong Silber! Die Tür... ...meinen weiter... Ach, wie die Klicks denn denn? Ja, Klicks sind wichtig! Hab ich mir sagen lassen. Ich höre nur Single. Hier! Ja, bitte... Zack, zack! Zack, zack! Ja... Gar kein Problem nicht! Denn ein weiser Mann sagte damals... ...für die Klicks und äh... ...mache alles! Mhm... Hat das eigentlich immer äh... ...n Sinn, wenn es fertig ist? Äh... ...oder wolltest du einfach nur eine... ...Würfelhöhle unter der Erde? Ne, es hat äh... ...den Sinn, dass hier eine Baumfarm sein wird. Die äh... ...selbstständig Bäume dementsprechend... ...regeneriert... ...sie selbstständig abholzt... ...dieses... ...dieses Holz in Kohle umwandelt... ...und die Kohle dementsprechend in Energie. Das ist der Sinn der Sache. Darum wird auch alles mit Erde... ...ausgefüllt, damit hier die Setzlinge... ...ääh... ...setzlinge wachsen können. Deswegen... ...ja. Und die Höhle ist halt so hoch, weil manche Bäume halt so hoch wachsen, wenn ich denn das Holz brauche. ...und vor Angst, die schreien im Team-Street. Hey! Ich glaub ich hab'n Termin jetzt! Bis dann! Erwachsene Männer schreien aus ihrem Zimmer jetzt! Mama! Der ärgert mich im Internet! Nur weil sie schlecht sind, keine Team-Player. Ein dicker PC macht das dir kein Boss-Gamer. No, no. Du bist frustriert, denn es läuft nicht gut. Du kommst nicht weg... ...und ich will back to fuel... ...und ich will back to fuel... ...design so schnell, ja. …die Rechenseite ist eigentlich hellseherein,個iser-er-er-er-er-er-er-ie. ...kuck mal, der Stromzähler dreh-s. Ja, da gehts. Er hat immer so schmutzig hingewürfeltet. also ich würde gerne behaupten wenn das hier fertig ist heute dann könnten wir schon anfang mit rock gelegt allerdings ich weiß nicht wann das fertig wird wenn es nicht fertig wird und es ist nachher schon um spät denn auch dann aber basti du wüsstest was aus der höhle werden sollte wenn du ein aktiver zuschauer zack zack so bittee oh bittee da hat er noch abwasch gemacht wb wb kurze frage muss ich die lampe neu setzen wenn er das nicht noch mal neue berechnung muss weil jetzt einige sachen schwarz sind sooo ich bitte dies zu entschuldigen ich gelobe besserung ok angenommen angenommen nur so süß das basti bitte nochmal die lampe da oben die lichtpunkte gesetzt müssen wir die jetzt noch mal neu setzen weil manche punkte schwarz sind die flächen sind aber schwarz geworden die haben begrenzten radios ja aber ich habe ja sozusagen die punkte die schon geläuft waren die reichen nicht da unten aber die punkte hat er doch hier um gesetzt gehabt und 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 Das ist eklig, oder? Ich muss erstmal dich mit Traumkraft auseinandersetzen, dass er zu früh ist, denk ich. Denkst du? Warum? Verstehe ich nicht. Das ist ja auch ein schön langes Projekt bei ihm, glaube ich. Da, hier, da nehme ich. Zack, zack. Taumkraft brauchst du en masse Papier und Rohstoffe. Hab ich. Ich hab en masse. Sauermod, bei dem du alle Rezepte erforschen musst. Uh, das könnte ich nicht gehen. Okay, er ist leer. Ja. Die Lampe bleibt. Das ist nämlich die Lampe, die dafür sorgt, dass keine Gegner kommen. Dann geht's auch um, äh, Aspekte zu erforschen und, ähm, Wischen. Diese bekommst du durch Erforschung von Items, Blöcken und über kleine Umwege. Auch durch Aufopferung von bestimmten Materialien. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern hier, oder? Ich glaube, wenn das wirklich so ein großes Pack ist, was ich eigentlich null mit einberechnet habe, dann werde ich wahrscheinlich Minecraft-Greibern als beliebt ist. Ah ja, wenn mir jetzt Zeit für andere geile Großprojekte. Der Mod ist relativ zeitig, insofern man nicht schon ein kleines Arsenal an Maschinen und Material lagert. Ja, bitte, bitte, bitte. So. Hallo, liebe alle. Hallo, Saroni. Hallo, liebe Alleine. So. Ähm. Wie ist es denn in der Man? Ich dachte, die Spawn nicht. Ich bin auch wenn jemand zu Hause ist. So spät ist? 20 Uhr. Hast du nicht gesagt, was Neues zu feiern? So. 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 Ähm. Wie ist des Verteidels. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Ist das kein gårdem? Wie ist das? Ist sowas gut gemacht? Ihr habt einen aber warum die sich rein So lange? Muss ich noch einkaufen? Keine Ahnung. Und wenn schon. Ich werde getreten. Und jetzt gibt es Fixed Essen und die Katzenwämpel saugt. Und dann mache ich hier die Ländereien von Hogwarts. Nice Scheiß. Ja okay, ganz normal ist das Rhydon Zoo. Was habe ich denn erwartet? Rhydon hat sein eigenes Zoo. Runde eins haben mir Pester verloren. Ganz okay, kann passieren mit diesem Team nun enorm. Auf einmal sagte Cemba, lass mal lieber FF. Ich bin verwirrt, erst die Runde mache. Nee, sie kommt weg. Jetzt sieht jemand wieder. Aua. Neon redet und sein Mikrofon kratzt. Ich höre die Creechre, ob da jemand in die Schipptüte fahren. Versuch es zu entziffern, ist ja nicht mal so schlimm. Auf einmal Creechre ist wieder und erfahrt mich einfach das Kind. Und ich rast aus. Ich rast aus. Das ist Velo, Velo. Wegen Rainer, aber treffe die... Kleine Gitarre. Und beleidige in der Family. Und ich rast aus. Spiele Valorant und treffe kleine Kinder. So. Wie ein Linder. Wachen alle falsch, aber in den Zwischen. Hartstack, Silber, aber tap wie ein King. Doch ich bin immer wieder Flashmann. Ich habe mich ständig. Und egal ob gay aus, gay rum, bin auch immer frei. Und wenn wir alle blendet sind. So ist gut. Mach ich weiter. Die Schuldfrage wird hier easy geklärt. Kein Sorry tut mir leid, sondern Hurenföhne sterben. Das ist Kommunikation auf dem besten Niveau. Ich meine Unranked Games und dann stressen sie so. Möchte einmal gerne zocken ohne Stress und Palabra. Sind wir einmal am Gewinn. Höre ich näher. Und ich rast aus. Oh. Oh. Gefühlt Meine Erde ist, ich hab noch Wie die alte, meine Erde ist gleich leer Doch, ich lockere nicht Habe ich oben noch Erde da gelassen? Bitte Ich hab heute das Raum reicht Und ich hab in der Nacht auf heute in der Zeuchtung geschlafen Hab kein Auge zu bekommen Ich würde sagen, bei uns ist alles leer gelootet Ich spiele So Brauche ich eventuell noch was mit Naschen Ich hab das nicht Ich hab das nicht Ich schaff das nicht Ich ziele, aber ich ziele einfach You left the game? What the fuck? Why? Why is this happening? Frühschicht Ich verstehe Ich Understand Ich kann das nicht Ich verstehe Ich habe auch Ich kann das nicht Es ist nicht So, ab nach oben. Aber ich glaube das mit dem Boden schaffen wir auf jeden Fall noch. Vielleicht die Maschine auch hinbauen, dann passt das. Ich wollte was gucken. Oh, was haben wir hier so? Hm, komisch. Das Kies wurde eingesortiert, wahrscheinlich. Was hab ich denn hier alles? Ja, warte. Nee, warte, die pack ich oben hin. Das kann das hin, das kann. So, hab ich alles? Ich glaube ich esse jetzt mal was. Aus Angst. So, dann haben wir hier noch mehr Dias. Jetzt haben wir schon 34. Sollte ich eigentlich auch die Endpane reinpacken. Ja, juckt. So, haben wir... Ich könnte eigentlich... Ich könnte eigentlich... ...meinen Hader reparieren. Ich glaube es ist immer sinnvoll. So, bevor ich noch mal rot errennen muss. Hui! So, ich würde sagen, Edgewood da. Edgewood ist gut. Ich brauche jetzt mal meine Erde da. Weiter geht's. Weiter geht's. So, haben wir... Nice. Dann bauen wir das jetzt für Ende. Da kennen wir nichts. So. Einmal hier. Einmal hier. Wir haben ja bald geschafft. Beuerchen. Tut mir, tut mir leid Schatz. Ich hab heute leider keine Zeit. Die Gruppe ist am Warten und... Der Raid schreit. Tut mir leid Schatz. Ich hab keine Zeit. Das. Nennst du mich ne miese Peter. Vielleicht hab ich Zeit später. Du weißt genau, wenn es neue Spiele gibt. Dann will ich erstmal Wochen weg. Tschüss, liebe Glück. Ey sei nicht sauer. Gamer haben zu tun. Wir müssen Welten befreien. Wir müssen Welt befreien. Wir sind gegen Blut. Schatz. Bitte versteh mich doch. Schmeiß mich mal. Von mir raus. Ich bring dir auch den gewissen Epic-Loot nach Haus. Schatz. Du hast doch Hobbies wie ich. Also kannst du mich verstehen. Du hast doch Hobbies wie ich. Also wärst du so lieb. Wir würden es jetzt gehen. Du, 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 lightshards. Ich hab heute leider keine Zeit. Ich hab heute leider keine Zeit. Die Gruppe ist am Warten und der Raid schreit. Du, 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 lightshards. Ich hab heute leider keine Zeit. Ich hab heute leider keine Zeit. Ein neues DRC wird heute keine Zeit. Imotional Damage! Wir haben es alles geschafft. Total vergessen. Dein Markenzeichen. Tut mir leid, Schatz, ich kann auf dem nichts mehr tun. Ich sag dir jetzt Andromeda, tut mir leid, Schatz, ich darf heute leider keine Zeit. Bleib geschafft. Egal wo ich bin, es gibt emotional demos. Egal wo. So. Äh, äh, ähm. Tut mir leid Schatz, keine Zeit, spielt einmal, tut mir leid Schatz, keine Zeit, nur auf ihr sehn tut mir tut mir leid Schatz, ich hab heute leider keine Zeit, yeah, alles ausfüllen Tut mir leid Schatz, ich hab heute leider keine Zeit, tut mir leid Schatz, ich hab heute leider leid Schatz, ich hab heute leider keine Zeit, ein neues DRC bedeutet Einsamkeit So, lass mich, oh Na komm, mach gut Ok, Erde müsste jetzt alles sein, ja, nice Gut, Erde funktioniert, Erde haben wir Jetzt kommen wir zu dem, äh, wichtig Was hat die Seite? Wichtigem Staff Jetzt brauchen wir die Plänter Und eine andere Die zwei Dinge halt Und Jen Die zwei Dinge halt So, dann gehen wir los, was brauchen wir für Planta? Wir brauchen einen Planta. Mit Capsack ist immer schick. Dener. Zwei Pistons, Maschine Frame und Bioplastic. Ich glaube, das war am schwersten. Copper Gear. Und Tin Gear. Ich kann mir das nochmal herstellen, warte. Silber plus vier Copper Ingotts. Tin Ingotts habe ich. Copper habe ich auch. Geht aus, Lörg. Willkommen zurück. Bi-bi-bi-bi. Tin das. Hoppla, 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 hoppla. Tin und Copper. Jetzt holen wir noch Eisen. Eisen habe ich genug. Warte, wir gehen jetzt mal rumschlafen. So. Boah. 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 Und wir ernten den Applaus